hättest du mal eine andere Lobby, ne? ich bin in PvP 26 äh, ach 26 mhm so, warte ah, das ist nur Premium, öh ja, du musst jetzt spammen, bis ein Platz frei wird das ist Premium, 6 jaaa 26 da musst du, da musst du so lange spammen, bis ein Platz frei ist weil alle Plätze voll sind, ist es Premium oder was ja, du musst so ja, siehst du hey, was geht ab wirst du oh Gott, es laggt schon wieder ja gut, hat mich trotzdem geholt, glaube ich, oder? where are you? ich kämpfe gerade megal, where are you? in nem Kampf ok ah, da hätte ich ihn treffen ja, GG gewonnen, nice zu, zu ach Mensch, Krono Luna, du bist ja auch da hi könnt echt nicht mit Bogen schießen, alle hier ich würd gern mal dich sehen, wie du mit Bogen schießt du, ich hab vorhin jeden Schuss getroffen mhm, natürlich Call of Duty-Erfahrung ja, ja ist so hat ja auch so viel mit Minecraft zu tun, ne? ja, ist das Gleiche genau guck mal auf die Weite, der hat mich noch nicht einmal gehltet ah, Loser Call of Duty ist gleich Minecraft nee, ich bin nicht stolz drauf, das zu spielen ok, ich hab meinen Pit-Level mit mir spiel ok, ich hab meinen Pit-Level mit mir spiel ich kämpfe gerade ah, GG gewonnen ich hab dich schon gehört, alles cool es geht jetzt an, ähm, Tom Lewis der hat gefragt, warum jetzt nur, glaub ich wer darf, äh, TS, nur Felix ja, wie gesagt hab ich ja gerade schon erklärt ja, ich kann sonst, es wäre ja unfair, wenn ich jetzt jemanden drauflassen würde der dann, ähm, dann würden die anderen auch wollen und so ist Felix halt, weil ich ihn in real life kenne, drauf und, ja, ich hoffe, das kann man halbwegs nachvollziehen wer es nicht kann ihr könnt ja nachher dann auch drauf, je nachdem wann er fertig ist, weiß ich nicht so, da war die noch fertig schon ok da 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 kann der Hintergrund auch schwarz sein? also so, oder, dass du quasi das nur als nee, nimmst du als Vordergrund, stimmt äh, doofe Farge, doofe Farge, doofe Farge komm nochmal mit Schwert, ok ja, ja spenden na, jetzt hat's gelegt, lol wie viele Herzen bist du? ich hatte grad neun wo hat's gelegt, alter oh, das erste Mal das erste Mal ja, gut, es hat gelegt, aber trotzdem ähm, datalk schreibt mir dem dann, wenn denn privat, auf Twitch ich glaub nämlich, ähm, links werden blockiert, oder so, weiß ich nicht genau warte, 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 warte so, geht jetzt wieder so, geht jetzt wieder aber der gibt mir auch heftig, man, warum bin ich denn immer schlechter als alle anderen? ist das eigentlich noch das Turnier, oder nicht mehr? das Turnier machen wir danach nochmal, eins können alle mitmachen, die da wollen bin dabei du musst dann slash join und dann meinen Namen, ne nochmal slash join j-o-i-n, oder so dann meinen Namen, und dann bist du drin aber erst wenn ich se- auf gleichem Server? ja, auf Server 26, also ppp 26 dann aber jetzt noch nicht, ich hab's ja noch nicht erstellt mir wurscht fülle rein, fülle rein, fülle rein, fülle ja ok, bin drin wie, du bist drin, du kannst nicht in dem Turnier sein, was noch nicht erstellt wurde oh nein, ich mein den Server achso ich dach grad schon denkst du dir mal, was ich zuhör ja, ich frag, das frag ich mich auch ziemlich oft wow super lol, ich weiß woran es liegt, dass man teilweise mit so viel mehr Leben gewinnt und zwar, man kriegt teilweise keinen Schaden und ich hab keinen Plan woran das liegt 16 Zuschauer wenn du das gleich verlierst, kannst du mich dann einmal kurz suchen ach, warum? weil du verlieren wirst nein doch sowas von ich weiß nicht, ich bin Predictor ich bin Predictor viel zu gerecraftet oh, sein Helm ist auch kaputt, aber meiner auch wird spannend und ich bleibe hier und vergiss nicht, du wirst noch eine ganze Woche und ich krieg jetzt schon wieder keinen Schaden Leute, guckt im, guckt auf meine Lebensleiste ich hab keinen Schaden gerade gekriegt durch 3, 4 Hits und ich hab keinen Plan woran das liegt das ist ich weiß nicht, ob er mich gerade nur mit der Faust geschlagen hat oder so oh, ein Herz oh mein Gott war das knapp ich hab grad sämtliche Supes gedroppt oh Gott oh Gott, da hat er mich in der Kombo unsere Hosen sind jetzt kaputt jetzt hab ich gar keine Rüstung mehr oh Hilfe oh GG, guter Kampf bis die Rüstung an der Wahl oh mein Gott oh mein Gott ich frag äh lass uns langsam, lass uns langsam angehen äh, greif mich mal bitte nicht an jetzt echt auf Karte, warte ich ach das ist Papps Dinger, okay und und er springt rüber ich kann auch runterspringen hui lol, ich hab verloren einfach achso, GG heißt gegen ich kann ja, ich kann das nicht oh, ich kann Leuten zuschauen das ist nicht das was ich Mund ähm äh äh, Nico nein ich verliere doch eh ach man ich kann das nicht äh Nico, ähm auf den TS kannst du jetzt nicht weil Eminator äh der TS ist noch unter Einstellung aber Morgenseite sollte das soweit funktionieren boah ich hab keine Passatur dafür oh, ohne Zahn verlierst du schon? achso ich bin direkt hinter dir ich bin direkt hinter dir guck dich mal um wer war hinter dir? boah, ich wär fast gestorben man sieht dich doch nicht boah, ich bin doch egal noch einer du, du sollst weg da ja, Zahnar, du kannst gerne noch ein Rätsel raushauen aber diesmal kein Perverses, bitte sorry klar jetzt bin ich mal gespannt aufgeroll ja, ja aufgeroll ich weiß weiß oh Gott oh Gott oh, wie hält der das denn so lange teilweise aus? ich hab schon Zahn da ja ja irgendwie ist das grad irgendwie ist das grad wirklich alles und jeden verzehrt Helm und Panzer, Axt und Schwert Tierfuge, Blume, Ass und Laub aus Hafenstein malt es Staub stürzt Könige, verhehrt die Stadt mach Gnadeskrum Walzberge gg gute Frage ja, KD, äh, Will oh vielen Dank für dein Follow Max so 3 7 1 1 1 ja, das war bei mir auch so, KD Will ähm, ich stand da AFK rum weil ich, äh, noch was vorgelesen hatte von den Spenden und der critet mich die ganze Zeit ich hab auch so PvP gespielt er hatte full life und ich hab keinen Schaden bekommen meine Rüstung ging kaputt ich hab keinen Schaden bekommen das war so komisch ich versteh auch nicht, was da los ist wenn das nämlich weiter so geht dann kann man ja nicht mehr richtig spielen wir machen ne Wette, okay? wenn ich es schaffe letzter zu werden diesen ganzen Turnier obwohl ich versuche zu kämpfen dann gibst du mir morgen nochmal 1€ plus nö ach man das wär so ne dumme Wette, weißt du? ich kämpfe aber nicht ich hab keine Gaming Tastatur oder sowas ich auch nicht du musst dir mal meine Tastatur angucken die hört teilweise an nö 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 ja, gg oh, ohne Zahne, jetzt gehts los oh, ist schon vorbei oh warum muss ich ja hey Maxos na wie gehts dir? alles klar ich hab nicht mal Maus grad das ist doch schlimme genau die äh die ähm äh oh oh lol der hat mich grad ja ich bin ja, ich gewinn gleich gewinn nicht ich bin schlecht ich kann ihn bei Julian überhaupt nicht hitten das ist grad ziemlich komisch okay, ich hab doch voll ach goddammit oh, ich guck dir grad zu oh wie geil du weißt, dass man, wenn man die Suppen is, ne, sich heilen kann ich weiß tue ich okay aber ich hab kein Mausrad also ich könnte du hast kein Mausrad oh, das ist mies aber du kannst auch hot clean aber ich denk nicht, dass du das kannst das dauert lange das ist erstmal zu den Krieg also ich krieg's hin, aber nicht aber nicht nicht so ganz schnell ich komm bis zu 6 aber das war's auch schon ja, ich scrolle auch meistens oh Gott ich hab grad schon wieder keinen Schaden bekommen du stirbst du stirbst guck mal, ich krieg keinen Schaden guck mal, ich krieg keinen Schaden du stirbst du stirbst lol ich ich hab keinen Schaden bekommen WTF älter ich Ich hätte so, wenn ich so seine Inventar leerräumen könnte, so. Ja, GG trotzdem, das ist richtig scheiße, ey. USTG, sozusagen ein Synonym, mein Rätsel. Kämpfe wieder gegen den, ja, ne? Ja, ja. Es gibt fünf Qualiphasen. Ich will trotzdem auch mal gegen jemanden kämpfen. Ja, du musst warten, bis die Qualiphasen, oder bis die nächste Qualiphasen sozusagen anbricht. Es gibt fünf. Aha. Na, verloren, schade. GG. Das ist echt mies, dass man teilweise keinen Schaden kriegt. Außer gegen ohne Zahn. Oh, ich bin weitergekommen. Ja, gegen mich gewinnst du immer, ne? Ihr habt nichts außer Zahnbelag. Wir haben nicht immer Zähne. Oh, vielen Dank an deinen Follow, äh, GirlTime0. Vielen, vielen Dank. Watch out. Ich habe jetzt echt nicht einmal gegen dich gespielt. Nee. Ach, Mann. Bist du schon raus? Ich? Ja. Warum frage ich eigentlich? Tut mir leid. Ich habe jeden Tag verloren. Ey, es gibt Sachen, auf die bin ich nicht gerade so froh gestolzt. Ja, Cardi will, das ist echt irgendwie kacke. Tut mir auch leid. Wir können gleich, nach dem Turnier, machen wir noch ein Turnier. Und dann spielen wir OHC Run. Falls du, äh, damit spielen willst, kannst du ja noch im Stream bleiben. Musst auch nicht. Will hier kein Swing. Ey, alles weg. So, Cronola, bitte, bitte, Tynolia. Wie, was habe ich geschrieben? Sie heißt Cronoluna und ich Croneluna. Croneluna? Croneluna. Croneluna. Cibolia.de. Auch wenn alle, die jetzt dabei sein wollen, das nächste Mal. Und gegen mich gewinnen wollen. Na, ist gut. Oh, ich wollte gerade recraften und der schlägt mich die ganze Zeit. Darf der, ich frage mich da. Ja, äh, Cardi Ebel, ich weiß, ich nenne dich Will oder, ach, ich nenne dich mit dem ganzen Namen. Ähm, wir spielen hier nach noch ein Turnier, wie gesagt, und dann OHC Run. Nur damit du Bescheid weißt. Und jetzt kriege ich wieder keinen Schaden, doch jetzt. Okay. Uh. Oh, ohne Zahn. Jetzt bin ich genau hinter dir. Wunderbar. Gewinnst du auch? Oh Gott. Nein, er stirbt, er stirbt, er stirbt. Ich kriege wieder keinen Schaden. Das war... Ich wäre aber fast gestorben gerade. Ich recrafte. So. Ah. Oh, er wird jetzt hoffentlich nicht durch Mitte entschieden. Ich habe schon drei Minuten eingestellt. Lange Zeit oder kurz eher? Das ist ziemlich lang. Ziemlich, ziemlich. Also ich finde die Map irgendwie nicht so cool. Über diesen komischen Blöcken da oben. Das ist jetzt doof, dass es durch die Mitte entschieden wurde. Ja. Ach, Mann. Ach, lol. Es geht ja noch weiter. Finale. Ne, ist noch lange kein Finale. Ach, Mann. Du hast einfach keinen Plan. Ja, leider nicht. Aber ich weiß, wer gewinnen wird. Ja, wer? Ich weiß es nämlich nicht. Ist schon. Oh, lol. GG. Siehste? Ich wusste es. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Egal, wer gewonnen hätte, ich wusste es. Auf jeden Fall ein guter Kampf. Er hat die letzte Runde gewonnen. Sie mussten diese Runde auch schaffen. Und jetzt schreibt er, er kann nicht soupen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Das ist eine Web zum Kämpfen. Ach so. Lol. Ja, das war viel Schaden. Er lag ein bisschen oder lag das Server, weiß ich nicht. Nö, es lag bei dir. Ja? Ja, wirklich. Oh. Na komm, du streamst auf Twitch und nebenbei noch Minecraft und so. Ja, ich habe fast 10k Upload. Und dann? Ja, das sollte reichen. Ja, aber die Zeit ist was anderes. Ja, ich das regelte Upload. Ja, okay. Trotzdem, es war komisch. Es hat geleckt. GG. Ja, wir spielen gleich UHC Run. Ich bin darin aber wirklich nicht gut. UHC Run. Die beiden Mowern sterben. Tiny Tony oder wie hieß er? Der Shiny Tomy oder All-High-God-Mikasa. Einer von euch beiden wird jetzt drauf gehen. Nicht flüchten. Flüchte. Boah, jetzt macht er aber schon ordentlichen Schaden. Aber GG. Okay. Okay. Jetzt können wir unsere Lehrer hier entblößen. Oh, okay, gewonnen. Nein, ich lasse meine Lehrer noch. Oh. Slash-Stats. Ich gucke mir mal seine Stats an. Ich weiß nicht, ob er den streamt. Jungs und Mädels, Wetten abschließen. Wer wird gewinnen? Einer KD. Okay. Ist jetzt nicht so krass, aber. Im Chat? Er hat es hier. Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Jetzt wird es interessant. Wer wird gewinnen? Jetzt brenne ich. Wer wird gewinnen? Ich sage. Ich habe gerade wieder einmal einen Hit, keinen Schaden bekommen. Das ist natürlich nervig. So spannend. Ja, ich kriege wieder keinen Schaden. Okay, er ist hinter mir. Jetzt hätte ich gerecraftet. Er geht und recrafte ich. Ich glaube, er hat nicht gerecraftet, oder? Ah, weiß ich nicht. Ich habe wieder keinen Schaden gekriegt. Sehr schön. Oh, lol. Das hat gelegt, oder so. Ja, ich war dabei. Oh, das war gerade sau viel Schaden. In dem Kit frisst man aber auch so viel Schaden, irgendwie. Du stirbst jetzt. Wieso sterbe ich jetzt? Ach, Mann. Kannst du nicht sterben? Oh, lol. Ich habe einfach noch gerecraftet. Komm, komm, komm. Inventar von... Inventar von... Ich habe mich jetzt... Ich bin ein Streamer. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, oh, wer geht in die Mitte? Wer geht in die Mitte? Oh, shit. Ah, schade. GG. Wuhu. Ich hätte sich die Kampfzeit wirklich länger einstellen sollen. So, wer jetzt auf ohne Zahn gewettet hat, der muss jetzt 1 Euro spenden. Los. Dann verliere ich ja mit Absicht. Nein. Ja, aber man kann pro Kampf dann neu wetten. Das wäre ja ganz cool. Nur so, Spaß. Wer wird gewinnen? GG. Jetzt die Wetten. Letzter Fight. Jetzt wird weiter nichts. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Ich krieg wieder keinen Schaden, das tut mir leid. Ich krieg grad wirklich keinen Schaden. Ich geh mal ein bisschen weg. Ich krieg keinen Schaden. Okay, jetzt. Das ist halt richtig mies. Ich krieg schon wieder keinen Schaden. Ich renne weg. Ich glaub dann, wenn man kurz nicht gehittet wird, kriegt man dann wieder Schaden. Das ist halt echt mies. Sieht man eigentlich, wenn sich diese komischen Platten hier bewegen? Oder hört man das irgendwie? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich? Ich geh mal hier raus. Okay. Jetzt kann er leider... Jetzt kann er leider... Ich weiß nicht, ob er auch gerecraftet hat. Recraftet? Ja, wenn man... Ich weiß, was das heißt. GG, tut mir leid. Ich hab wirklich oft keinen Schaden gekriegt. ja das kann man jetzt nicht sagen dass es jetzt kein schaden kann auch daran liegen dass der gegner auto klicke hat und zu oft pro sekunde schlägt echt ja aber ich ja aber ich habe kein gegner bekommt aber das ist ja auch man kann ja auch schnell klicken und kein schaden bekommen aber das ist meine erklärung warum ist das kann natürlich sein das tut mir leid mit mit wird gewinnen felix hier unten spring mal neben das wasser spring auf die seerosen kriegst du hier automatisch auf die seerosen komm spring mal runter jetzt spring mal runter jetzt hier ich bringe mal runter jetzt junge du musst schon kämpfen gegen mich kommt spring jetzt ins wasser du kannst doch ins wasser spring das ist nicht das wasser da drüben alter ich wollte eine seerose hin tun wo du sprichst ja ja natürlich guck ich habe nämlich wieder gerade keinen schaden gekriegt das liegt ganz sicher nicht daran dass felix auto klick hat du solltest mit dem schwert schlagen kriegst du irgendwie gerade keinen schaden kann das sein ja okay gg ich habe gesagt nach dem turnier wenn du jetzt offen muss naja morgen ist auch noch ein tag hier nach dem turnier würden wir uhrc run spielen habe gesagt ich mach zwei schreiben ach so ich dachte ich bin fairer das ist irgendwie weggegangen das ist ja so komische ich krieg keinen schaden viel glück bei den klausuren äh dave dean auch mal ab wie er immer von und was sagt der chat kann man die anfragen auf gomme schicken also nimmst du sie dann an ja ich natürlich die mission so 23 zuschauer ja 23 zuschauer wird mein neuer zuschauer rekord aber das denke ich jetzt noch nicht vielleicht morgen oder so oder morgen kann ich mir auch nicht vorstellen mal gucken mal gucken du hast heute schon 20 zuschauer auf jetzt geht es weiter zwölf spieler noch letzte bohr und die spielst du wieder gegen ein mensch ist ja schlimm dass du bei 1 bis 1 gegen jemanden spielst richtig schlimm weil man geht auch noch besser tatsächlich ich hab mein kopf seit einem jahr nicht mehr gespielt vor allem die pvp also ich hätte jetzt zwei jahre geschätzt lol nee das glaube ich dir nicht ja die danke oh fuck wird noch mal gegen dich wird noch mal gegen dich oh ich kann dir ja ein bisschen zuschauen gg oh sorry wollte ich nicht spielen ich glaube schreiben wir gehen spielen ich sehe das nicht was ist ich bekomme aids ja ja das kenne ich was mexus UHC run ist ultra hardcore also ultra hardcore wo man dann keine leben regeneriert wenn man sie verliert man kann sie nur durch goldäpfel wieder regenerieren und das dann in einer schnellen variante das gibt es auch langsam das dauert dann aber bis zu ein zwei stunden das gibt es in der schnellen variante ja das ist eigentlich das schon grob erklärt wenn man die rohstoffe abbaut kriegt man sie sofort und das doppelt also bei diamanten kriegt man dann statt einem diamanten zwei direkt was ist er weg wieder 0,5 würde ich mich verarschen oh Felix würde ich mich verarschen zum ersten mal schlage ich mich gut und was passiert 0,5 3,5 das ist wunderbar ich hab mit dem nein ich hab mit der Angel geschlagen oh ich hätte gewonnen ja ich wusste es du wirst verlieren und dann spielst du eigentlich lol wenn du nicht streamst oder nur minecraft und osu ich spiel kein ich spiel ich spiel kein lol sorry aber ich kann es vielleicht mal ausprobieren vielleicht was ich worauf ich mal bock habe ist das sage ich dir irgendwann später ach so ja jetzt weiß ich es natürlich jetzt kenne ich mich direkt sofort aus ich bin oft keine Lust mehr tschau ich bin oft keine Lust mehr tschau ich bin oft keine Lust mehr tschau aber du kannst noch bleiben wenn du UHC run mitspielen willst im Stream okay für wen seid ihr? immer Wetten abgeben immer richtig Achso, du kämpfst gerade auch? Ja. Oh, ja, okay. Ja, bei dir ist es ja klar, für wen man da ist. Ja, für mich. Ja, so in etwa. LOL, er hat mir nochmal gegeben. Ach, du gewinnt, man. Er ist wirklich der Machu. LOL, der KillGG. Kann man dich auf Steam adden? Ich bin nicht oft auf Steam online. Aber, ja, kannst du machen. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich da heiße. Ich glaube auch ohne Zahn. Das kann ich hinhauen. Immer noch 13 Zuschauer. Das ist durchgehend über 10. Über 10 Zuschauer. Echt nice. Vielen Dank, dass ihr noch so lange dabei bleibt. Und dass ihr Felix ertragt. Sorry. Ihr hättet auch meine Probleme. Ich bin so fies, ne? Das ist so fies, was dann bei aller Öffentlichkeit geht. Schaust du zufälligerweise phasen? Nein, guck ich nicht. Ups, tut mir leid. Jetzt gegen Markio. Viel Glück. Ich habe meinen Chat gelesen, ich stelle mir jetzt durch. Ich kann die Dinger einfach so leicht umgehen. Ich brauche einfach was reinfügt oder nicht reinfügt. Das ist so lustig. Ich kann das nicht drugspapen. Ich kann das nicht Corona-Bot-Zumfen nutzen. Ich bin so type, ich bin so ratざudig. Gut goh. GG. Felix, aber nicht spammen, weil sonst wirst du vielleicht gekickt weil... Ich send mich! Ich send mich! Hey, Pons177 Das ändert mich an ein lateinisches Wort Felix, sag mal Äh, was, Pons? Ja, das ändert mich an ein lateinisches Wort Pons ist aber nicht sehr latein Ich bin mir nicht ganz sicher Ich hole mal ganz kurz Pondere, glaube ich Ja, du hast ja noch Ja, ich hab noch Lateiner Oh, vielen Dank an, äh Ich denke, Pons Ich weiß es nicht, aber trotzdem, vielen Dank für deinen Follow Pons, Pons vielleicht Gibt's Und vielen Dank auch an dich Also, Pons Pons ohne D, aber mit S Boah, GG Äh, wer kann, war da jetzt? Ich konnte es nicht lesen, sorry Ich, ich lese es gleich vor Jetzt gegen Macho LP LOL, okay Als ob Das ist der Typ, den ich zum Anfang hätte schlagen können Hätte Wenn das, Leute, wenn nicht, wäre Bin ich jetzt schon Millionär Das ist ein guter Spruch, den merke ich mir Und das, siehst du eigentlich, wenn das Wörtchen, wenn ich wäre Wär mein Vater ein Millionär GG Knapper Kampf 1,5 Ähm, es ist 9 Ich hatte zweimal 0,5 Okay, ich sag nichts Ohne Thunder King Naja Ich kann nur noch deutlich besser werden Okay, Leute, Jus Noch mal wetten Wer wird gewinnen? Jus und Mädels Wer wird gewinnen? Er hat Low Ground Oh, das war schlecht Das war richtig schlecht Und ich hab schon wieder keinen Schaden bekommen Das ist so mies Aber ich denke, er hat auch mehrmals Gott, keinen Schaden gekriegt Ja, gut, hat er gewonnen GG Schaust du die Drachen von Berg Oder wie das heißt? Äh, nee Ich schon Absolut Hey, das hat auch mit Drachen zu tun Okay Ja, hat's auch Aber ich hab mich eigentlich nur Du musst gucken Du bist ein Drachen Du bist ein, du musst ein Drachen Dirt Nein Nicht Aha Nicht 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 Du hast mich diskriminiert Und ich Ich konnte dich Dich von der Gesellschaft auszuschließen Oh Gott, war das schlecht von mir Oh Gott Ich glaube nicht, dass er das guckt Nee, nee Äh Ich hab's früher mal geguckt Und ich hab auch den ersten Teil Und den zweiten Teil von Drachen 10 Leicht gemacht geguckt Aber damals war ich noch kleiner Beziehungsweise bei dem zweiten Teil War ich schon älter Das ist ja logisch Wow Und er hat gewonnen Oh, wirklich GG Nein, ich hab gewonnen Schade Schade Ich würde jetzt nochmal Basti GHG gucken Aber ich guck lieber nicht, weil du cooler bist Ich kann das machen Vielen Dank, KGHG Vielen, vielen Dank Hey, Benni, Benni Weißt du, was du nicht machen kannst? Ich kann das hier tun Das ist super Das ist viel interessanter Ich kann noch ein bisschen weiter weg sitzen Vielleicht sieht man mich dann besser Hast du mich eigentlich schon gefunden? Stimmt, ich kann dir mal zugucken Du lebst ja immer noch, ne? Ich hab keine Teleport-to-player Ja, warte, wie geht denn das? Ja, du sneakst auf den Baum Du hast ja nicht mal einen Helm und keine Schuhe Was ist denn bei dir los? Und du hast sieben Du hast dreieinhalb Herzen, ne? Ich bin 16 Felix, was gewinnst du noch sowas von? Wenn ich bei den ersten drei komme, lache ich mich aus, Alter Hinter dir ist auch noch ein Zuschauer gerade Der guckt mir auch zu, ich glaube, der lacht auch gerade Ich hab sie gefunden Du bist so tot Der wird sich so freuen über den Freakill, Alter Oh mein Gott Oh fuck, geh weg Oh, wisse Hund Fuck Du hast aber Schaden gekriegt, du hast eineinhalb Herzen Da ist noch einer neben dir Wie schlecht Oh mein Gott Ah, das ist aber hier ein Team Das ist schade Das hätte ich auch nicht gewinnen können Aber Hast du gut gemacht Wie hat er gewonnen? Wow Für nichts machen Respekt Oh, so ist das Team irgendwie lustig Oh, Hilfe Ich bin Das ist so lustig Ich hätte es noch nicht Klar, du hast es geschafft, wenn ich irgendwo anders wäre Ich glaube, hier so oder so Ey, über dir, über dir Du hättest dich einfach eingraben müssen Nee 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 Wenn die Dreck jetzt liegt genau an die Grenze zeigt Ach, Alter Ich war ja schon zent, da dachte ich mir so Hm, vielleicht bleib ich unten Hm Slash-Party-List Ich guck mal Wer ist noch mal alles drin hier? Ja, alle sind schon tot Was war drei? Ach, der hat sich auch eingegraben Als ob dich da alle eingegraben hat Ja, das ist ein Zweierteam hier Das ist ein bisschen wies Das ist, glaube ich, auch gar nicht erlaubt Nur in 1 vs. 1 Weiß ich nicht Hoffe, du spielst noch auf Gomme Gucke mir immer auf YouTube-Videos an Und hab einmal drauf gespielt War ganz cool Ja, ich stream mit OBS Und K GHG Ähm Ähm Äh Auf Gomme Hm Wir können auch noch mal eine Runde Bad Wars oder so Wo sind denn die jetzt? Nee, ich hab keine Ferien What the fuck? Wo ist denn da eine? Die buddeln sich da gerade irgendwie ein bisschen rum Jetzt kämpfen sie Ja Aber ich hätte wirklich im Wasser kämpfen müssen GG Wie mein YouTube-Channel heißt Mach einfach Ausrufezeichen YouTube Ich wurde vierter Yay, aber ich krieg das für keinen Preis Das ist schlimm Grafikkarte zu tun Ja, nee, aber mit den Updates alleine Für mich ist das irgendwie Grafikkarte Ich nenn das so, keine Ahnung Jedenfalls Ja, dann hab ich ein Update oder spiel doch Ja, hab ich ja Aber dann geht's doch nicht bei deinem Eck doch wie sonst was Achso Du weißt doch 1.6.4. ist das Höchste, was mein PC verarbeiten kann Hashtag Herz-Chroni Von Pappsdinger Ja, du bist der Herrsteck, Gott Ich geb das ganz offen zu Ohne Zahn Ohne Zahn hier? Ja Okay Ohne Zahn Das muss auch ohne Zahn so Ja, dafür kann ich anderes ganz gut Ne? Was? Dafür kann ich andere Sachen gut Sogar ist gut auch so spiel Du weißt, was ich meine Hm, ich ignoriere das jetzt nicht Er wird nach deinem Alter gefragt Mit? Wie alt Chroni denn ist? Okay, nenn dich Chroni Das lässt du dir aber gern Ja Ich darf das nicht Du darfst das auch Okay, Chroni Okay, Chroni Ich bin auf die Falle Wie alt ich bin Ob sie gesagt 16 Sag ich Oh Leute, ich will jetzt mal gewinnen Und die sind schon wieder besser Warum gewinnen die denn immer? Ich will auch mal gewinnen Rein theoretisch Ich werde mal da drüben Oder schon Aber die bauen sich da schon wieder So lang Das nervt In meinem Alter sag ich mal Sehr nah dran Wieso sehr nah dran? Weil es sehr nah dran ist Jakob, nein Ich kann nicht igeln Und ich werde es auch nicht versuchen Weil ich dabei runterfallen werde Was ist igeln? Igeln ist eine bestimmte Art von bauen Von Blöcken bauen Dabei entsnickt man sich Du musst nicht weitersprechen Mit Niamin Das ist mir eh zu Dabei entsnickt man sich Und ist etwas schneller Ja, ich möchte es dir mal hin erklären Ja, ich Was? Der hat einfach den Block unter mir abgebaut Wie krank Ich wollte gerade noch einen Block unter mir setzen Damit ich mich halt so hoch bauen kann Und über ihn rüber Aber darauf bin ich nicht gelandet Lol Er ist auch unten sehr schön Okay Dieser F-Typ ist auf jeden Fall gut Der erholt sich Ja, er ist nicht gut Aber er holt sich immerhin Einen Bogen Und kann die Leute runterschießen Wenn die kommen Ich werde jetzt immer durch Mal durchrushen Weil was anderes kann ich groß nicht tun, ne? Ja, sie ist nicht 15 Und kann ich geben Wenn die Leute, die mich in real life sehen Nach meinem Alter fragen Schätzen mich, dass es auch zu sehen Zack und runter Das hat irgendwie nicht so viel Sinn, die ganze Zeit zu pushen, aber die haben einen Übergang von oben. Die haben einen Bogen. Ja, weiß nicht. Wieso hast du eigentlich gesagt, dass 16 falsch ist? Oder ganz nah dran? Ist ganz nah dran, weil ich ja rein politisch gesehen bin, nur ganz wenigen Monaten. Ja, also bist du 13. Ja, nee. Ja, nee. Nee. Du wirst gern... Ich hab das Bett. Sehr schön. Was hast du gesagt? Tut mir leid. Ähm... Nigger sagt, er wäre gern 98. Okay. Dein speziell Hintergrund, oder? Ja, weil er 97 ist. Darum er freut sich schon auf seinen Geburtstag. Ach so. Okay. Okay. Vielleicht gewinnen wir jetzt sogar mal. Fuck, er hat mich, er hat mich einfach runtergehauen. Flieg doch einfach runter, Mann! Wo ist der Typ mit dem Bogen? Hat er den Bogen noch? Und hab beide. Sehr schön. Einer fehlt noch. Wo ist der letzte? Einer fehlt noch. Oh, endlich mal eine gute Runde. Ich find das krass, dass man, wenn man jünger ist, sind die... Sind drei Jahre voll viel und wenn man... Ja, das stimmt. Wenn man jünger ist, sind drei Jahre richtig viel und bei 40 ist es, macht's keinen Unterschied, ob man jetzt 43 ist oder nicht. Oder 37. Das ist halt echt heftig. Ach, schade, ich wollte mir ein Knockback-Stick haulen und den dann runterkicken. Hat nicht so geklappt. Egal, die sind jetzt wahrscheinlich alle da zum Durchfruschen. Und gewonnen. GG. So, dann kann ich jetzt auch endlich mal den Stream beenden. War auf jeden Fall ein richtig geiler Stream. Ich logge mich jetzt auch schon mal aus. Mach die Kamera aus. Na gut, ich lass sie nochmal an. Ich lass sie nochmal an. Ich kann sie ein bisschen größer machen. Das wollt ihr nicht sehen. Das ist so klein. Das war's jetzt mit dem Stream. Hat jetzt ziemlich lang noch gedauert. Ich hab ein Euro gespendet bekommen. Vielen, vielen Dank. Und da ist sie weg. Ausgetimt. Ich hab ein Euro gespendet bekommen. Vielen Dank dafür. Ich guck mal, wie viele Follower. Wie viele Stunden hab ich gestreamt? Vier, dreiviertel. Ich guck jetzt erstmal nochmal, wie viele Follower. Und ich merk grad, die Playlist ist schon seit Tagen zu Ende hier. Das ist ein gegene cooler Stream. Hat Spaß gemacht zu gucken. Warte, noch kurz. 35 Follower. Diesen Stream alleine. Das ist voll viel. Wie gesagt, das war's dann jetzt mit dem Stream. Es ist schon 22 Uhr 20. Das mit dem Schneiden, mit dem Folgenschneiden, wird, denke ich, nichts... Ich hab's mal aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. Ah, yo. Damit danke ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und wir waren ja wirklich lange über 10 Zuschauer. Das ist schon einiges. Das ist schon richtig heftig. An meinem ersten Stream... Und das Essen steht hier noch. Ich bin hier einfach verhungert. Und was ich sagen wollte, auf meinem ersten Stream... Ja gut. Ein Zuschauer, zwei Zuschauer. Ja, aber definitiv ein cooler Stream. Und wie gesagt, danke an Jakob. Danke an Macho. Danke an Pabstinger. Danke an KGHG. Und an Krono Luna natürlich. Und Tobi Nato war auch noch dabei. Und Felix natürlich auch. Ihr seid wahrscheinlich jetzt schon off. Aber vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr noch dabei wart. Und wie gesagt, dann... Ciao. Bis morgen dann. Wieder auch 17, 18 Uhr kommt dann wieder ein Stream on. Tschüss.